So, was ist? Auf was warten wir? Gehen wir raus? Auf die Einspielung warten wir. Was für Einspielung? Die Einspielung. Was hast du denn mitgenommen? Wieso soll ich eine Einspielung? Naja, ach du Scheiße. Geht's? Ja. Kennst du das Gefühl, wenn du, wenn du so aufwachst und du denkst, na? Na, ja. Werte Herrschaft. Verehrte Gäste. Die Einsamkeit hat nun ein Ende. Zwei Freunde. Männer. Was? Na? Na, mir hat während die Pappen geschissen. Kennst du es? Willst du auch? Viktor Gerner. Und Michael Niavarani. Musterknapp über Kritik. Gerner, du, du, ich pack's ja nicht. Du kommst nie zu spät. Du bist immer pünktlich. Ich versuch's. Du weißt bei jeder Besprechung, worum es geht. Freilich? Alter, ich kenn oft nicht einmal die Leute, mit denen man da sitzt. Nee, hier. Können Sie sich mal vorstellen, wenn der Michael weint? Der hat eh schon so ein Gesicht wie der Winnie-Buh. Musterknapp, dann hab mal Billi gehabt. Wer war die arme Sau? Ich. Du, ihre Tüche. Hilfe! Ach, eine Pause. Hilfe! Ich verbrenne! Ich verbrenne! Ich laufe! Ich laufe! Hilfe! Nein, der geht mir am Arsch. Da kann ich. Ta-da-da! Ta-da-da! Ta-da-da-da! Ja Gott, was hab ich dir getan? Von einem Schwammerl lass ich mir gar nicht sagen, ja? Diese schierke, bösartige, alte Funzen, dieser Drachen, dieser Schabracken, diese schierke Gros, diese Wüste, gobe, pfui Teufel. Hüte deine Kucki-Dent-Höhle, ja? Na, du gehst mir am Arsch. Yo!